Hallo Klaus, hast du Lust auf einen Spaziergang? Ich würde gerne, aber meine Beine tun so weh. Ich hatte das gleiche Problem. Du brauchst Revitive. Revitive Medic ist ein zertifiziertes, medikamentenfreies Medizingerät, das ihre Durchblutung aktiv verbessert und so Beinschmerzen, Krämpfe und Schwellungen lindert. Entwickelt und klinisch getestet von Physiotherapeuten und Gefäßchirurgen. Revitive Medic mit OxiWave aktiviert ihre Muskelpumpe in den Beinen. Dadurch verbessert sich aktiv ihre Durchblutung, schwere Beine werden gelindert, Schmerzen und Schwellungen sowie Krämpfe reduziert. So können Sie wieder all das tun, was Sie lieben. Revitive Medic ist auch zertifiziert für Arthrose, Diabetes oder Krampfadern und erarbeitet medikamentenfrei. Über 3 Millionen Menschen vertrauen bereits auf Revitive und es ist klinisch erwiesen, dass er die Durchblutung steigert. Ich bin einfach lebenslustiger, ich bin froh, mich wieder bewegen zu können. Ich kann wieder aktiv am Leben teilnehmen, kann mitwandern. Und sogar mein Arzt ist wirklich begeistert. Also für mich ist Revitive einfach top. Ja, man kann es wirklich fühlen. Ah, ich sehe, du verwendest Revitive. Mal sehen, wer schneller beim Kaffee ist. Testen Sie Revitive jetzt. Mit 60-tägiger Geld-Zurück-Garantie und kostenlosem Versand. Entdecken Sie unsere neuesten Angebote unter revitive.de –